hallo willkommen zurück hier bei airport simulator 2015 so ist wieder alles geöffnet okay acht minuten los geht's wir fangen gleich an lalalala nein geht nicht lalalala mit dem geht's los geht's gleich anfangen ach du scheiße wir haben nur acht minuten zeit naja dann machen wir mal nah was ist denn wie schön das ist dass hier alles schnee geräumt wird wunderbar ich weiß doch gar nicht was man dazu sagen soll wenn man hier schnee räumt ist einfach nur schnee räumen kann man auch nichts kommentieren hier also ich bin schon gespannt ob es davon überhaupt mal nachfolge gibt bin mal gespannt also wenn dann werde ich das natürlich anzocken hier auf youtube so jetzt schauen wir mal kann ich schon machen ja kann ich ok vielleicht so ab 30 kann ich dann anfangen schon so So, einweisen, zack. Einweisen, einweisen. Und jetzt hier entlangfahren. Also wir haben jetzt 12.000. Ich glaube, wenn wir es dann so 20.000 haben, können wir das dann komplett nochmal aufmotzen. Also ich habe schon mal gesagt, wenn ich das alles aufgemotzt habe, dann werde ich noch eine einzige Folge machen. Und dann war es das. Ne? Damit sie das auch rentiert. Ne, das nicht. Vorräte. Ja. Also ich schätze mal, nach diesen zwei... Also nach dieser Folge werden noch zwei kommen, schätze ich mal. So. Okay. Boarding. Boarding, wie geht das? Achso, mit dem Bus noch. Und mit dem Ding. Okay. Und dann noch Pushback. In dem Pushback gucken wir mal, dass wir das so machen können, wenn die ganzen Sachen noch dort stehen. Müssen wir es irgendwie dann hin platzieren. Irgendwie schaffen. Ach komm. Das ist doch ein Witz jetzt. So. Betreten verboten. Alles klar. Werde ich schon nicht. Brauchst du keine Angst haben. Ich werde dir nicht so nahe kommen. Ich werde dir nicht so nahe kommen. Oh, wir haben noch zwei Minuten. Oh Gott. Das wird eng. Das wird eng. Jetzt müssen wir uns beeilen. Nee. Nee. Men. No. Hallo. Hallo. Was denn? Hat gerade was vibriert? Oder war es da drin im Spiel? Da wieder! Vielleicht mein Vibrator. Egal. Ja, ist ja gut. So, wir müssen das jetzt in 43 Sekunden schaffen. Oh, stopp, stopp, stopp. Boah. Alter, 19.000. So, machen wir gleich mal hier aufmutzeln. Aufmutzeln. Den letzten. Können wir das? Oh ja. Cool. Was haben wir jetzt? Fahrzeugsammler. Aha, aha. Schauen wir mal, wo das ist. D-d-d-d-d. So. Dann heißt das, für die nächste Folge wird es die letzte sein. Ne? Die nächste Folge ist die letzte Folge von diesem Spiel. Und dann sehen wir uns wieder bei Airpods Simulator 2015. Tschüss.